Der digitale Batterie- und Ladesystemtester kommt in dieser praktischen Tasche und was da alles drin ist, das schauen wir uns jetzt an. Im Einzelnen besteht der Satz aus folgenden Komponenten. Ich habe einmal selbstverständlich den Batterietester. Der kommt mit drei Meter Kabel. Das ist wirklich lang und ausreichend. Dann habe ich Druckerpapierrollen. Zwei als Ersatz. Eine ist schon im Gerät integriert. Hier auf der rechten Seite habe ich einmal eine Tabelle um Batterietypen zu identifizieren. Dann das Verbindungskabel zum PC. Ein kleiner USB-Stick mit der Software und die Bedienungsanleitung. Der Batterietester ist geeignet für 12 Volt Batterien. Egal ob Bleisäure, Gel, Nasszellen, MF, VRLA, Calcium, AGM bzw. Tiefzyklus Batterien. Er ist auch geeignet um das Ladesystem zu überprüfen bzw. auch den Anlasser. Die Batterieklemmen sind beidseitig belegt, so dass ich immer perfekten Kontakt zur Batterie habe. Ich verbinde den Tester mit der Batterie und er gibt mir immer vor, was als nächster Schritt zu tun ist. Und zwar jetzt sind wir in dem Menü, dass wir eine Diagnose durchführen wollen. Einfach mit Enter bestätigen. Dann habe ich einmal die Möglichkeit Notizen dazu zu machen oder man geht gleich in die Diagnose. Dann werde ich gefragt ob PKW oder Motorrad. Ob eine Batteriediagnose, einen Startertest oder ein Lichtmaschinentest durchgeführt werden soll. Wir bleiben im Menü Batterietest. Jetzt kann ich auswählen, habe ich eine Wettbatterie, eine AGM als Flat oder Spiral, eine EFB-Batterie, Gelbatterie und so weiter. Dann werde ich nach dem Prüfmodus gefragt, in unserem Fall EN1. Und dann kann ich jetzt mittels der Pfeiltasten dann die Werte einstellen, die auf der Batterie hinterlegt sind. Und schon sind wir im Messprogramm. Und das Ergebnis gibt uns aus, dass die Batterie eigentlich einen Wert haben müsste von 340. Wir liegen aber nur bei 226. Im Anschluss habe ich die Möglichkeit, meine Messergebnisse auszudrucken, indem ich einfach hier die Druckertaste betätige und er mir sofort den Ausdruck gibt. Eine weitere Möglichkeit wäre, diese Daten am PC auszudrucken, auf einem Lina 4 Blatt, mit noch zusätzlichen Informationen. Es ist jederzeit möglich, die 70 letzten Testergebnisse anzuwählen und anzuschauen. Diese stehen mir dann auch zum Ausdruck unselbstverständlich zur Verfügung.